So, Jewi! Und man darf dabei auch nicht sterben, man muss da zwei Kameras placen, Dokumente holen, die Dokumente dann auf Customs tragen, in den Dorms ablegen und dann eine Flair schießen und dann, wenn man Extracted, hat man die Quest geschafft. Und ich habe das nicht auf leeren Zervern gemacht, ich habe das auf EU-Zervern gemacht. Es war ganz schön was los und wie ich das Solo gelöst habe im ersten Anlauf, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß! Bei Part 1 was beachten? Nein. Einfach killen und das Ding holen. Team Sipp, Dankeschön für den Prime im 25. Willkommen zu den Abo auf alle. Servus, wie geht's? Schön dich zu sehen. Danke für den Support. Mal schauen, wo das Ding ist. Die Klappe. Ja. Hier kommt einer. Der ist hinten gerade reingesprungen. Hallo, danke für den Prime im dritten. Zweitwichtigste. Wir kommen zu genau auf alle. Danke, dass der Prime immer mehr lässt. Schiff. Schiff? Da dachte ich es mir doch. Oh, was hier los ist, ey. Oh, was hier los ist, ey. Viel zu viel los, ich brauche noch einen Server, ey. War ein riesen Fehler, hier zu gehen. Ich dachte, hier ist ein bisschen ruhig, aber hier kommt ja jeder von den Humble-Männern an, ey. Ich habe halt keine Nade für den. Fein, ich danke für den T177, willkommen zu den Abo-Falle. Danke für den Support. Klappe. Äh, 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 äh. Der Ramon-Service, ich muss hier bloß raus, ey. Ach, scheiße. Mach ich, goldener Wolf. Problem ist, ich brauche jetzt noch das Teil. Hier ist viel zu viel los, Alter. Ich bin ganz krank. Ich bin ganz krank. Geht zur Schartel? Da ist es okay. Ach, komm. Ganz scheiß Idee hier. Du machst mal ganz locker da oben. Easy. Kein einziger Treffer bekommen. Ohne das Gäste töten, ja. Ohne das Gäste. 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 Ja, das lief doch ganz gut, oder? Ja, das lief doch ganz gut, kann ich sagen. Oh, der Spawn ist okay. Kann ich die auch vom Dach schießen, weißt du das? Einfach unten schnell einmal vor die Tür, ne? Weiß man nicht, gibt noch Part 4 Jokos. Und eben noch. Klappe Klappe Passt Egg are bad Hab bloß kein Scaref mehr erschießen ... Musik ... Fess, da bist du nicht alleine. Servus. Dino, welcome back. Hört sich gemerkt, bin reich. Hat noch einer die Flair abgeschossen, habt ihr gehört? Ja, Arena Main, das weißt du jetzt schon. Oh ja. Aber ja, Arena wird gut. Und... Hey. Das weißt du nicht. Ich muss noch eineinhalb Minuten warten. Hey, Magic ist sehr gut. Und... Vielen Dank. Kein Run-Through halt, ne? Meine Regel. Ich könnte auch so raus mit Run-Through, aber machen wir nicht. Ich habe auch alte Mates, die Arena spielen. Das schauen wir dann, Eldon. Natürlich kann man jetzt hingehen und sich für Arena schon mal alles durchtheoretisieren. So wie man sich das jetzt denkt, wird es halt meistens nicht kommen. Ja, Hockenwarten-Main. Geh mal. Ich weiß nicht, ob das auf Event liegt, Ero-Winger. Reporten und Gutes. Punisher 6 lohnt sich trotzdem für BP-Amo-Mirbet. So, passt. Quest erledigt. Das waren jetzt vier Raids, ne? Für die erste Quest habe ich zwei Raids gebraucht, weil ich die Scaps nicht alle in einem hatte. und dann hier das, ne? Passt. Von wegen schwer. So, accept. Kaufen wir jetzt noch so ein Bare-Buddy. Einen gönnen wir. Was wir hier beigetragen haben. Bei wem war die Quest? Passt. Ja. Oh, Search-Skill und Attention kriegt man dafür. Das ist nett. Das ist nett. Und ich habe ihn mit ihr gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.